Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hearthstone Arxramas Heroic. Wir hängen immer noch an der Grand Willow Falina und haben das Deck nicht umgebohrt. Wer es nicht gesehen hat in der letzten Folge, könnt ihr da gerne nochmal nachschauen. Wir legen einfach nochmal los. Ich habe ja gesagt, falls es nicht funktionieren sollte, werden wir uns wohl ein Priester-Deck basteln. Wir haben den Vorteil, wir können uns heilen. Wir haben Shadow of Pains. Und wir können vor allen Dingen in einer Runde extrem viel Schaden verursachen. Und die Hero-Bosse haben halt mal eben 45 Life. Der kommt weg, der kommt weg. Den darf ich erstmal da. Schauen wir mal. Oh, schau wieder Szenarios. Hatten wir doch schon mal in der letzten Folge. Wir müssen mal gucken, dass wir relativ schnell... Ach, 4 Schaden für einen Mana. Ich schwitze richtig. Wir müssen mal gucken, dass wir relativ schnell relativ viel Schaden verursachen und unsere Karten ausspielen. Ich habe zu viele Karten auf der Hand, glaube ich. Also der erste Taunt fliegt jetzt runter. Mit der Abo. Die größte Gefahr... Der Reign of Fight ist natürlich heftig. Da haben wir ein bisschen Lack gehabt. Die größte Gefahr sind halt echt diese... Nein, er auch nicht. Diese... Ich gebe dir mal plus 3 Schaden. Das ist übrigens eine Priester-Karte, die wir sehen. Sehr nett gehalten. 2 Schaden, 4, 5... Boah... Ich knall in die Reihen, scheiß drauf. Ja, das war fast klar. Und das... Wie viel Glück man auch haben kann. Und 10 Schaden in die Fresse. Selbst wenn ich mich jetzt heile, es bringt halt nicht so viel. Okay, das war mal blöd von der KI, oder? Diese Kollegen hier, die Warschipper, sind extrem mega gefährlich. Und das war's dann auch schon wieder. Boah... Da geht aber auch ein Damage raus. Das ist unfassbar. Und wir kriegen jetzt eine Runde 3 und 4 sind 7. Wenn ich mich heile, dann habe ich noch 2. Und wer weiß, was von ihr noch kommt. Naja, plus der Fire Reign, das ist... Nee, nee, Freunde, das ist äh... Feierabend. Priester? Ich weiß nicht. Oder Worry mit viel Rüstung. Agro Worry? Hm... Ich habe eine Idee. Agro Worry. Beziehungsweise ein Enrage Worry. Also, wer das Deck nicht kennt, äh... Wie wir Anubrekan besiegt haben. Da gibt es einen Screenshot zu. Den habe ich. Oh, keine Ahnung, ob ich den hochlade. Guckt einfach mal in der letzten Folge nach. Oder in den vorletzten, viel mehr. Wir machen den mal eben kaputt. Äh... Yes. So. Wir bauen uns mal eben ein neues Warrior Deck. Also, was brauchen wir? Executes? Definitely. Shield Slams? Definitely. Wieso habe ich noch einen Shield Slam? Moment. Das haben wir gleich. Shield Slams? Ja. Definitely. Ähm... Waffen? Eher weniger. Ja. Enragers? Brauchen wir, glaube ich, auch eher weniger gegen die gute Dame. Cleaves? Ja. Rampages? Sehr geile Karte, glaube ich. Commanding Shot ist eine Bombenkarte. Ich mache jetzt einfach mal, ne? Und dann gucken wir mal weiter. Äh... Tasmas? Mh... Nein. Slam? Hm. Charge, Shield Brawler, Berserker, Bombenkarte und der Spiel. Ähm... Was können wir denn noch bringen? Corkrony Lights. Ich brauche halt Schutz, ne? Cromash ist klar. Brawl. Brawl? Kommt gut. So. Es ist mir schon wieder ein bisschen zu viel alles. Ich brauche Taunts. So. Ich möchte auf jeden Fall, äh... Zwei von den Sunwalkern haben. Ich möchte... Was möchte ich noch? Brauche ich Legendaries? Nee. Hm. Was sagt die Mana-Kurve? Die sagt, ja, passt so. Macht laut auf die Arenas. Nehme ich zwei Stück mit rein. Da sind wir auch schon voll. Die Abos kamen eigentlich relativ gut, ne? Meine Minions sind halt alle relativ, äh... Ich habe wenig Minions. Hm... Aber ich brauche... Ich brauche... Brauche ich mehr Torns. Nehmen wir nochmal... 2D Phenomen rein. Und dann gucken wir mal, wie es läuft. Im nächsten Try auf die Grand Widow Felina. Ist schon echt. Also... Ist schon Heroic, ne? Die gibt einem so richtig. Der heißt jetzt Custom Warrior. Ist aber unser Heroic Nux Deck. Ich habe gesagt, Priester wäre noch eine Alternative. Halt da vielleicht offen... Weiß ich nicht. Mogoshan zweimal live verdoppeln. Sind wir auf 28. Hm. Aber man kann ja nicht nur auf eine scheiß Combo hoffen. Serv me without question. Control Decks sind, äh... Gegen Falina auf jeden Fall, äh... Sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig. Ähm... Machen wir mal so... Und... Come on... Ich schau... Ist natürlich... Gegen ihre... Ja... Gegen ihre Klassenfähigkeit schon Porno. Ich krieg ein Gorehole, ey. Ich krieg's Kotzen! Hallo... Guck mal hier. Greetings! Direkt mal 4 in die Fresse. Und ich kann nicht spielen. Ich kotze. Und wieder 5 in die Fresse. Oder spielt sie was? Boah... Die Karten sind aber auch... Heavy, ne? Diese hier haben eine... Random Minion Karte. Schau mal hier. Und 6 Schaden. Ja. 6 Damage. 3... 2... 3... 4... 5... 6... So viel zur Rüstung. Und der Anathaker. Boah... Heftig. Hm... Den nimmt das Schwert sofort weg. Pass mal auf. Control, Baby. Bringt mir halt nur nicht viel, weil ich jetzt wieder 6 Schaden in die Fresse. 7. Warte mal. 3 plus 6 sind 9. Entschuldigung. Warte mal. Ja, das läuft ja gut. Hmm... Charge und weg der Berserker. 5 HP nach 5 Runden. Mit demnächst in Rain of Fire war's das. Hmm... Hmm... 3. 3. 3. 2. 4. 3. 4. 4. 4. 1. 5. und kann sich halt gegen diese mega attacken wehren ja ich weiß ich habe gefällt so random minion komm hier mach mal was so viel damage output battle rage okay hat sie auch ich habe zu viele hohe minions das ist halt nützt ja nix setze mal wieder priester obwohl priester hat priester ich werde auf jeden fall was überlegen wir uns am besten handhaben können deswegen kurzer break wir sehen uns in der nächsten folge ich werde auf jeden fall die aufnahme session nicht beenden bis ich diese tante besiegt habe wie viele quarters es da gibt 1 2 3 4 5 cool alles klar wir sehen uns in der nächsten folge ich mache es gut ihr macht es besser und ich überlege mir auf jeden fall was lasst mal einen daumen hoch da wenn euch die videos gefallen oder das video gefallen hat wenn nicht dann macht ruhig einen daumen runter ja ist ja auch eine meinung ansonsten schön in die comments rein vielleicht habt ihr eine idee ich denke mal kurz drüber nach bis gleich euer harry